Grüezi miteinander und ciao a tutti! Wir sind Schritt für Schritt in der Geschichte der Schweiz zurückgereist, um uns den Beitritt der jeweiligen Kantone näher anzusehen. Wir starteten 1979 mit dem Kanton Jura, wanderten weiter in den Westen nach Genf, danach Neuenburg, in den Südwesten ins Wallis, in das Wattland und nun geht es in die italienischsprachige Schweiz, in den Kanton Tessin. Wir befinden uns genau wie im Fall des Kantons Watt im Jahre 1803, am Beginn der Mediation und am Ende der Helvetischen Republik. Zu Beginn der Helvetischen Republik 1798 teilte sich das heutige Tessin noch in die beiden Kantone Lugano und Bellinzona. In der zweiten Verfassung der Helvetischen Republik wurde aus diesen beiden das Tessin und 1803 dann hochoffiziell der vollwertige Kanton Tessin, wie wir ihn heute kennen. Der Name Tessin geht auf einen Vorschlag von Napoleon zurück und der wiederum entnahm diesen Namen dem Teilungsplan seines Generals. Der Fluss Tessin, der italienische Name des Kantons, war der wichtigste Wasserlauf dieses Gebiets und die Römer nannten ihn Tessinus. Die Vorgeschichte, also die Zeit bis zur Helvetischen Republik 1798, teilt das Tessin mit dem Kanton Watt, den wir in der letzten Folge kennenlernten. Das Tessin war über Jahrhunderte das Untertanengebiet der alten Eidgenossenschaft. Im 15. Jahrhundert fiel die Leventiner unter die Herrschaft des Kantons Uri. Das Pleniotal, die Riviera und Bellinzona annektierten Uri, Schwyz und Unterwalden um 1500 gemeinsam. Vom Valle Maggia bis nach Mendrisio etablierten die eidgenössischen Orte eine gemeine Herrschaft. Das heisst, dieses Gebiet unterstand der gemeinsamen Verwaltung der zwölf Orte. Jetzt werden die meisten Schweizerinnen und Schweizer den Begriff alte Eidgenossenschaft mit acht oder 13 Orten in Verbindung bringen, nicht aber mit zwölf. Stimmt, denn ein Kanton, ein Ort fehlte zu dieser Zeit bei der Eroberung des Gebiets südlich der Alpen. Und statt jetzt einfach zu erklären, welcher Ort das ist und vor allem warum, lasse ich das als Frage an euch einfach so im Raum stehen. Wenn jemand Ort und Erklärung in die Kommentare schreibt, werde ich diesen Kommentar anpingen. Und das kann man auch ohne historische Vorkenntnisse herausfinden, keine Sorge. Ihr müsst nur darauf achten, wer wann vollwertiges Mitglied der Eidgenossenschaft geworden ist. Viel Spass beim Rätseln. Übrigens, die Begriffe alte Eidgenossenschaft, acht alte Orte, 13 Orte und so weiter werden dann bei jenen Kantonen erklärt, die auch wirklich betroffen sind. Die Eidgenossen setzten ihre Eroberungsfeldzüge südlich der Alpen fort und drangen tief in mailändisches Gebiet ein, bis zum Ende ihrer Expansionskriege im Süden 1515, als die Eidgenossen die berühmte Schlacht bei Marignano verloren haben. Die Eidgenossen machten sich das Dessin also untertan. Lange Zeit relativ ruhig, bis die Menschen im Gebiet der Leventina aufbegehrten, weil sie sich von Uri ungerecht behandelt fühlten. Das gipfelte 1755 in der Rivolta della Leventina. Sie nahmen den Landvogt gefangen und verlangten die politische und rechtliche Besserstellung ihrer Region. Die Urner reagierten völlig unverhältnismässig. Sie schickten Soldaten, liessen die Rädelsführer öffentlich hinrichten und herrschten fortan noch härter über die Leventina. So ist es also wiederum wie beim Kanton Watt wenig erstaunlich, dass für die Dessiner die französische Intervention von 1798 eben kein Diktat, sondern eine Befreiung gewesen ist. Mit der Abschaffung von untertanen Gebieten und der Mediation von Bonaparte Napoleon wurde das Dessin ein vollwertiges und gleichberechtigtes Mitglied der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Dessin wurde von Napoleon sogar vor die Wahl gestellt, ob es nun zur Schweiz oder lieber zur Cisalpinischen Republik Italiens gehören möchte. Aus pragmatischen Überlegungen entschied man sich wohl dafür, zur Schweiz gehören zu wollen, weil man sich einerseits durch die Helvetische Republik und die Intervention Frankreichs mehr Freiheit und Gleichheit versprach, andererseits ist der Mensch ein Gewohnheitstier und die Dessiner waren seit Jahrhunderten bereits kein Teil mehr eines italienischen Staates. Womit wir zum Kantonswappen kommen. Das sehr auffällige rot-blaue Wappen wurde 1803 vom Grossen Rat kreiert und beschlossen. Worauf diese Farben anspielen, das kann mit Quellen nicht zu 100% belegt werden. Naheliegend ist die Erklärung, dass es sich bei der Farbwahl um ein symbolisches Dankeschön an Frankreich und Napoleon handelt. Denn das Wappen von Paris führt ebenfalls die prägnanten Farben rot und blau. Übrigens, das Kantonswappen von Tessin bricht eine heraldische Regel. Farben dürfen eigentlich nicht direkt ohne Trennung nebeneinander liegen. War und ist den Tessinern aber vollkommen egal. Die kennen da unten wirklich gar nichts. Da unten ist übrigens nicht abschätzig. Das Tessin ist nicht nur der südlichste Kanton der Schweiz, sondern auch Heimat des tiefsten Punktes des Landes. Der Lago Maggiore liegt lediglich 193 Meter über dem Meeresspiegel. Im Tessin leben etwas mehr als 350'000 Menschen und er ist, als italienischsprachiger Kanton, natürlich stockkatholisch. Und obwohl das wunderschöne Lugano mit etwa 63'000 Einwohnern die grösste Stadt des Kantons ist, ist das kleinere Bellinzona der Kantonshauptort. Mit dem Tessin befinden wir uns das erste Mal in einem Kanton, der ein wirkliches Gegengewicht zur eher linksgrünen Westschweiz darstellt. Das Kantonsparlament ist klar bürgerlich, mit einer starken Lega, einer starken FDP und eher schwachen Parteien auf der politischen Linken. Wem bei den Karten ein kleiner Fleck aufgefallen ist, der hat aufmerksam hingeschaut. Denn dieses kleine Örtchen hier gehört nicht zur Schweiz. Campione d'Italia gehört zu Italien. Im Jahr 777 vermachte der Kaufmann Totone Grund und Besitz dem Mailänder Benediktinerkloster. Und die Zugehörigkeit zu Mailand bzw. später Italien hat sich bis heute gehalten. Der Zusatz d'Italia kommt im Übrigen von Benito Mussolini. Für die Eroberung des italienischsprachigen Tessins gab es im faschistischen Italien bereits handfeste Pläne. Diese wurden dann aber verworfen, um lieber in Südosteuropa zu versagen. Jetzt gibt es im Kanton Tessin zwei hochspannende und sehr tragische Geschichten, auf die ich in diesem Video nicht näher eingehen werde, weil ich bereits vor längerer Zeit Videos darüber erstellt habe. Die sind natürlich in der Infobox zu finden. Da gibt es die fürchterliche Geschichte rund um den ersten Gotthard-Tunnel-Durchstich. Ein Tunnel durch die Alpen, der Nord- und Südeuropa miteinander verbunden hat. Ein absolutes Jahrhundertprojekt. Tragisch an dieser Geschichte sind die zahllosen toten italienischen Gastarbeiter, ihre Arbeitsbedingungen, ihr Lohn und so weiter. Und falls ihr das Video anschaut, behaltet während des gesamten Beitrags im Hinterkopf, dass die Schweiz zur damaligen Zeit bereits ein Bundesstaat war, keine Monarchie oder Diktatur. Und die andere Geschichte dreht sich um die Spazakameni, um die Kinder, die als lebende Schornsteinbesen nach Italien, England oder Russland verkauft wurden. Besonders erschreckend, als ich nach Spazakameni suchte, um ein passendes Bild hier einzublenden, war mein Titelbild zu meinem Video sehr, sehr weit oben, was noch einmal deutlich macht, wie schlecht und wenig wir über dieses Kapitel unseres Landes Bescheid wissen. Das Anpreisen des Kantons, das spare ich mir, weil es ist weit über die Schweizer Grenzen bekannt, dass das Dessin die Sonnenterrasse der Schweiz ist. Die wunderschönen Orte um die Gewässer, die malerischen Dörfern, die Burgen in Bellinzona. Für die stehen tausende Schweizer jedes Jahr zu Ostern stundenlang vor dem Gotthard im Stau. Aber es lohnt sich. Denn südlich der Alpen liegt mit dem Dessin unser Sonnenland. Mit unseren italienischsprachigen Landsleuten. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.